Wir sind auf dem Kleinmotorrohr. Das sind ca. 3900 Meter. Es ist der höchste Lift, den wir in Europa haben. Für uns ist das ein spezieller Lift, weil sehr viele Leute diesen Lift besuchen. Wir reden ungefähr von einer Million Leute, die diese Plattform besuchen pro Jahr. Und jeder Ausfall ist katastrophvoll. Die Leute kommen hier sicher wegen der Aussicht, weil es der höchste Punkt ist. Es ist, glaube ich, ein Muss, wenn man die Schweiz besucht bzw. das Zermat, dass man auch das Kleinhohr besucht. Wenn der Lift äusser Betrieb ist, sind wir meistens im Betrieb. Danke. Danke schön, meine Hallo. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020